Was ist das? Das Video hat jemand hochgeladen. Er sagt, es wäre von einer Kassette aus dem Black Hills Forest. Ich glaube, das könnte meine Schwester sein. Glaubst du wirklich, dass deine Schwester nach all den Jahren noch da draußen ist? Wenn ich irgendwie rausfinden kann, was ihr zugestoßen ist, dann muss ich es versuchen. Der Legende nach liegt ein Fluch auf den Wäldern hier. Glaubt ihr den Geschichten über die Blair Witch? Oh Gott, nein. Hier waren wir schon. Wir sind im Kreis gelaufen. Ach, du Scheiße. Sie sind überall. Wer macht so was? Das warst du! Go, go! Elsie! Nein! Hier lang, schnell! Da ist lang was. Hier ist es! Das ist nicht deine Schwester, das kann nicht sein! Komm her! Hier in die Ecke! Dreh dich nicht um! Es tut mir so leid. Alles wird gut. Okay. Alles wird wieder gut. Ich verw�ining dich. Ich waffe, dich für dich.